Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum nächsten Update meiner Microscale Welt. Ja, es ist schon über 10 Monate her, aber dafür wird auch heute so einiges passieren. Ich baue einen neuen Autotunnel, baue einen neuen Zugtunnel, beziehungsweise fange mit dem neuen Zugtunnel an, fange mit dem Bergbau an, reiße die komplette Magnetschwebebahn, beziehungsweise das Gleis ab, weil ich ganz andere Pläne habe, werde auch direkt die neuen Gleise verlegen und berichte euch noch so ein bisschen, was ich weiteres vorhabe. Ja, und da könnt ihr hier schon direkt den neuen Tunnel für die Autos sehen, den wir jetzt gleich hier vorne auf der Straße platzieren werden. Da werde ich auch gleich nochmal eine andere Kameraperspektive wählen, aber genau da wird er hinkommen. Ja, und hier könnt ihr ihn von oben sehen, ich habe hier die Rundung von dem Tunnel noch ein bisschen besser eingearbeitet, beziehungsweise die Kurve besser eingearbeitet, bin hier ein bisschen am rumzittern, aber man kann hier auch schon die neue Farbwahl sehen und ich finde, das sieht ganz cool aus, beziehungsweise mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Ja, und hier dann mal aus einer anderen Perspektive das Ganze und rechts auch schon der Start vom Berg, den ich da über den kompletten Tunnel bauen möchte. Habe hier unterschiedliche Bautechniken verwendet und mich vor allem hier an die Farben Lightbush Grey und Ten gehalten. Dark Ten, genau. Und ich denke, das kann sich doch sehen lassen. Ja, da könnt ihr die ganzen Steine sehen, beziehungsweise Steine und Plates sehen, die ich für den Tunnelbau verwende und da werde ich noch einige nachbestellen müssen, weil es wird natürlich noch wachsen. Dann musste ich hier einiges von der Straße abreißen, damit wir diesen Tunnel für die Straße auch nach hinten noch ein bisschen weiterfahren lassen können. Ja, das war natürlich ein bisschen Frickelarbeit und dann ging es auch sofort los mit unserem Tunnel für unsere Magnetschwebebahn. Da stehen noch die alten Gleise. Ich hatte hier aber das Problem, dass ich mit der Rundung beziehungsweise der Kurve nicht so klar gekommen bin. Außen war das kein Problem, wie ihr sehen könnt, weil wir da natürlich einen anderen Radius haben, aber der Innenradius von diesem Tunnel, der hat mir große Probleme bereitet. Und darum musste ich mir da auch später noch was anderes überlegen. Da habe ich schon ein bisschen Signallichter innen drin gemacht und auch außen schon Steine gesetzt, damit das Ganze fixiert ist und ich auch genau weiß, wo ich das immer wieder hinsetzen muss. Im nächsten Cut könnt ihr dann sehen, wie ich mich, ja, an dem inneren Teil versucht habe mit so einer Drehscheibe, aber irgendwie hat mir das alles nicht so gefallen. Also ich habe da hin und her probiert und da war einfach viel zu viel Spannung drauf. Darum bin ich da, ja, könnt ihr gleich alles noch sehen, bin ich da echt in mich gegangen, habe da nochmal mir viele Gedanken gemacht und, ja, das war auf jeden Fall nicht die perfekte Lösung. Hier könnt ihr dann die perfekte Lösung sehen. Da habe ich einmal zwei Bricks und Round Bricks verwendet, um da so diese perfekte Kurve hinzukriegen. Und das hat echt super funktioniert. Ich habe da einiges getestet, bis ich darauf gekommen bin und, ja, so konnte ich dann perfekt den Tunnel damit bauen. Jetzt ging es darum, genau die Abgrenzung zu schaffen, wo ich innen die ganzen Fliesen legen möchte, damit das Ganze auch schön aussieht. Ich hatte ja schon die Signallichter gesetzt und habe mir jetzt so mit, im Endeffekt, mit den Steinen außen alles, ja, 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 im Endeffekt die so gesetzt, dass ich genau weiß, wo ich dann auch später wieder die Wand hinsetzen muss und bis wo die Fliesen gehen müssen, ja, und hier könnt ihr dann auch mal, den Inneren habe ich hier kurz wieder weggenommen und hier habe ich dann die äußere Wand hingesetzt. Muss ich natürlich dann auch mit den Round Bricks machen, damit das Ganze dann auch, ja, den gleichen Look hat und nicht da irgendwie abweicht. Und ich, ja, würde mich mal echt eure Meinung dazu in den Kommentaren interessieren, was ihr davon haltet. Dann hier die innere Wand gesetzt, ja, und so war der Tunnel dann auch schon fast fertig, zumindest was die Wände angeht. Aber ich musste ja jetzt noch Stabilität kriegen, dass ich oben drauf später unseren Berg und Bäume und so weiter bauen kann und wir sind ja hier komplett aus dem Grid raus und darum habe ich das Ganze jetzt hier vor allem mit Technikbricks, Technikbricks, weil die sehr stabil sind, weil ich da Verbindungen herstellen kann und weil ich da auch noch einiges hatte hergestellt und später kommen dann genau diese Platten oben drauf, das heißt 16x16er Plates, darum musste ich das auch dementsprechend alles anpassen. Ja, und dann könnt ihr sehen, ich habe hier schon ein bisschen gefließt, weil ich die später modular bauen möchte, dass ich die immer mal wieder abnehmen kann, falls mir da mal irgendwie ein Zug entgleist, dass ich da jederzeit drankomme und nicht den kompletten Berg dann wieder abreißen muss. Und hier habe ich dann angefangen mit dem Tunneleingang. Da habe ich dann Slopes genommen, aber die gekippt, weil ich ja genau diese Slopes haben wollte, um auch diese Optik zu erzeugen. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Dann hier weiter gefließt, heute geht es hier Schlag auf Schlag immer weiter, will euch heute hier viel zeigen, um später diese Plates oben drauf zu legen. Das zeige ich euch dann aber im nächsten Update, wie das mit den Plates oben drauf aussieht. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja, und hier der Tunneleingang. Rechts und links kommen dann noch Lichter dran. Da habe ich extra Bricks so angeordnet, dass man später noch Lichter dran setzen kann. Ja, und da könnt ihr auch sehen, dass das Ganze gekippt ist. Das heißt, ich musste mir hier wieder ganz wilde Bautechniken einfallen lassen, um später wieder auf die gleiche Höhe zu kommen, dass das oben bündig ist. Ja, und dann bin ich mit meinem Hintern gegen die Straße gekommen, gegen die Hochstraße und musste erst mal stundenlang das Ganze wieder aufbauen. Das hat echt keinen Spaß gemacht, aber links könnt ihr sehen, die Straße ist wieder montiert. Ja, da habe ich einen kleinen Ausraster gehabt. Hier habe ich dann jetzt die ganzen Fliesen draufgelegt. Ich denke, das Kabel verlegt, was zu unserem Hochhaus geht für die Beleuchtung. Ja, und da könnt ihr schon die neuen Pläne sehen. Das sind jetzt noch große Gleise. Ich weiß, das macht keinen Sinn für Microscale. Da kommen wir später nochmal zu. Ich habe hier im Endeffekt alles abgerissen, den kompletten Unterbau neu gemacht. Musste die ganze Stadt einmal abheben. Ist ja Gott sei Dank modular gebaut. Ich konnte das mit diesem weißen Brett, was da drunter liegt, abheben. Da seht ihr es. Ich habe die Tische voneinander getrennt. Da habe ich auch Pläne, wie ich das alles modularer gestalten kann, dass ich später überall besser rankomme. Und jetzt gleich zeige ich euch mal, was ich für Gleise geplant habe, was ich vorhabe. Genau, da ist der Gleisplan. Das sieht ein bisschen freaky aus, aber das musste ich machen für die Bestellung, weil ich genau wissen wollte, was ich für Gleise bestellen will hier. Wie viele, wovon. Rechts könnt ihr die Weichen sehen, links die Kurve. Und ihr könnt sehen, ja, das sind im Endeffekt Microscale-Gleise. Ungefähr mein Maßstab. Werdet ihr alles noch sehen, wie cool das später aussieht, wenn das alles bebaut ist. Ja, und dann habe ich schon mal angefangen, im Untergrund das Ganze zu verlegen. Es war wichtig, dass ich hier im Untergrund die gleichen Gleise wie oben habe. Und dann musste ich die kompletten Gleise der Magnetschwebebahn abreißen. Habe dann auch schon mal die Kurve hier rein verlegt. Wird alles noch schicker gemacht. Habe die ganzen Fliesen wieder abgerissen, damit das alles mit 2x2er Fliesen hier gemacht wird und schön aussieht. Und dann nochmal die Kurve reingelegt, dass das auch alles passt. Oben wieder unsere Technikbricks drauf. Und dann ging es darum, hier den Übergang von den Tischen genau so zu machen. Da könnt ihr sehen, die rote Fliese, da ist im Endeffekt der Übergang der beiden Tische. Und ich habe das so gebaut, dass ich das genau an der Stelle ohne Probleme voneinander trennen kann. Das heißt, ich musste die Kurve auch genau so planen, dass ich das an der Stelle trennen kann. Und im Untergrund laufen im Endeffekt genau die gleichen Gleise lang. Wie der Zug im Untergrund später gebaut wird, zeige ich euch im nächsten Update. Das ist auch noch sehr, sehr spannend. Und dann ging es darum, in den Kurven überall die Fliesen zu verlegen, damit unsere Gleise da auch perfekt auflegen. Da habe ich dann außen immer die normalen Steine genommen, um mir somit eine Abgrenzung zu schaffen. Hier könnt ihr im Untergrund ein bisschen erkennen von den Gleisen sogar. Da habe ich dann, hier nochmal aus einer anderen Perspektive, es war viel Arbeit. Es war echt, ja, im Endeffekt tagelange Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich hier dann gesessen habe, das alles so perfekt zu berechnen, abzutimen, dass das genau hinhaut. Dann mit den Weichen, wo ich die fixiere, wo ich Fliesen legen muss. Dann könnt ihr hier sehen, habe ich diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Also die sind ja nicht verbunden, aber dann um einiges günstiger. Und es klappt super mit diesen Elementen, die man dann so setzen kann. Hier könnt ihr mal sehen, was da an Plates draufgegangen ist, um oben dann den kompletten Unterbau zu bauen für diese Gleise, für diese Einzelgleise im Endeffekt. Da könnt ihr im Hintergrund auch sehen, wie die verlegt sind. Hier vorne die Fliesen für die Weiche, die jetzt hier draufgelegt ist. Da habe ich schon mal ein paar Fliesen draufgelegt. Das zeige ich euch aber sehr wahrscheinlich im nächsten Update, was ich da alles für Pläne habe, damit das Ganze auch schick aussieht und realistisch. Hier nochmal kurz ein Foto von dieser Stelle, wo ich die beiden Gleise voneinander trennen kann. Habe ich auch den kompletten Untergrund nochmal mit Fliesen verlegt, damit das auch alles, ja, eben aufliegt und da kein Gewackel später ist. Dann wieder die Gleise oben drauf. Dann habe ich noch die Straße hier oben gekürzt, weil die mir zu lang war. Ich möchte die ja später in den Untergrund führen. Dann ist mir aufgefallen, das ist einfach viel zu lang, also musste ich da auch wieder was abreißen. Viele neue Ideen habe ich alles in diesem Update direkt hier mit reingepackt. Ja, da könnt ihr sehen, wie die Straße später runterführt. Das werden wir heute aber nicht mehr schaffen. Sehr wahrscheinlich dazu auch im nächsten Update mehr. Ja, und hier habe ich dann schon mal ein bisschen rumgetestet, was die Gestaltung der Gleise angeht. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal rangehen. Das sind nur Versuche gewesen, dazu auf jeden Fall im nächsten Update mehr. Genauso wird es im nächsten Update um den Zug hier gehen. Ich werde euch erklären, warum ich das jetzt so gelöst habe mit diesen Gleisen, was das Ganze soll. Es geht um den Microscale-Zug, den ich neu gestaltet habe. Der Magnet wird weiterhin Thema sein. Hier könnt ihr schon mal sehen, dass die Gleise im Untergrund parallel zu den Gleisen oben halt verlaufen. Ich zeige euch hier nochmal kurz die Streckenführung. Hier geht es dann in die Kurve auf den anderen Tisch, dann hier durch den Tunnel. Da habe ich jetzt auch doch schon die Plates oben drauf gelegt, damit ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen könnt. Hier habe ich sogar die Straße noch ein bisschen verlängert, die dann in den Untergrund führen wird und ja durch den Berg durch. Und nach dem Tunnel geht es dann weiter zu dieser Weiche. Da kann der Zug zum einen hier links abbiegen und geradeaus fahren für einen möglichen weiteren Tisch. Oder er biegt um die Kurve, fährt dann hinter dem Hochhaus entlang und dann hier vorne gleich wieder links, beziehungsweise rechts kann er dann abbiegen und fährt dann zu unserem Bahnhof, der auch in der Zukunft hier vorne entstehen wird. Da gibt es dann wiederum jetzt die Möglichkeit, dass der Zug, wenn er aus dem Bahnhof rausfährt, hier geradeaus wieder runter zur Weiche fährt und dann wieder auf diese eine Spur, auf die eine Spur trifft. Oder es kann auch ein Zug geradeaus, wie ich euch anzeige, ja geradeaus durch den Bahnhof fahren. Ich denke, es waren heute ein paar interessante Sachen dabei. Was euch im nächsten Update, ja alles so erwartet, habe ich ja schon gesagt. Wir werden die Gleise auf jeden Fall optimieren und ja, seid einfach mal gespannt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Bricks im Kopf. Ciao, ciao.